Immer schon weiter beschleunigen. 200 kmh, hochziehen. Hochziehen. Na bitte, geht doch. Westen ist gut, aber Nordwesten nicht. Oh, an der Richtung. Okay, Schub runter. Drehzahl runter. So, der ist mal schön Richtung Westen fliegen. Damals, äh, es ist ein 24 Grad dürfte reichen. Wir sind hier, das ist ungefähr hier. Schauen wir mal, was die Flüsse machen. Da hier ist ein Flusskreuz. Flusskreuz, das ist hier. Das wissen wir einfach bloß noch nach Südwesten. Geh mir schon runter, damit ich auch später genug Spaß hab. Und dann müssen wir mal da hin. Pumpen hab ich nicht dabei, sondern nur ein paar Raketen. Die Panzerabwehr kennen wir nicht so. Hm, hm. Wir sind mit der Sonne, das ist ein Problem. Kann ich keine ankommenden Jäger sehen. Okay, immer noch Westen. Bauen wir jetzt einen Fluss mit Wellen. Ein gewählter Fluss, das könnte der hier sein. Da fängt das Licht aus. Mal sehen, ob ich irgendwelche Landmarken sehen kann. Oh, na. Vielleicht hätte was sein können. Wie sieht's aus? Westen, Südwesten. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen südlicher halten. Ich hab zu viel Schuhe. Oh, Flak. Ich hoffe, die gilt nicht mir. Oder ich hoffe, die gilt mir. Dann weiß ich wenigstens, dass ich im Fakenterritorium bin. Nur mal testen, ob dieses Backup-Seite-Gut funktioniert. Es ist gut genug. Ich würde im Fall, dass ich einen Stromausfall mit dem Hauptseite-Haupt. Ist das eine Stadt? Nee. Schau mal hinter mich. Hm. Okay. Äh, wir sind hier. Wir müssen jetzt noch genau südwestlich. Ja, das geht schon hin. 23 Grad wäre mir lieber. Oh, oh. Ist das ein Deutscher? Das ist ein Deutscher. Der hat mich gesehen. Da mach ich mich besser mal schwer zu treffen. Da vorne ist er. Na, komm her. Hast du schon mal ihr zwei von vorne begrüßt? Motorenwärme gut. Ich kann weiter zumachen. Die gehören zu mir. Bei dem bin ich mir aber nicht sicher. Da vorne ist ein Ziel. Direkt im Farbenkreuz. Peter hoch. Schuh runter. Oh, oh. Das ist nicht gut. Nicht gut. Feuer frei, Kumpel. Ist das ein Deutscher? Fuck me. Jetzt habe ich es nicht nur mit Deutschen am Boden zuzutzen, sondern auch mit Deutschen an der Luft. Auf jeden Fall ist das ein Feind. Ich glaube, meine Kanoz ist viel zu nah eingestellt. Das wäre ja vom Luftkampf geeignet. Dummerweise weiß ich noch nicht genau, auf welche Weise man sie ein bisschen für den Bodenkampf einstellt. Da ist er ja. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich hoffe, ich habe was getroffen. Okay, können wir zumachen und abhauen. Richtung Norden. Richtung Nordosten. Nordosten. Norden. Ich hoffe, ich habe mal der Greif bodenzieher. Nee, das sind Flieger. Oh Mann. Oh Mann. Okay, das Höhenruder funktioniert nicht mehr. Das ist ausgefallen. Ah, was? Ist das... Ist das die G2? Ja. Okay. Ich muss zusehen, dass ich an Höhe gewinne. Ich kann ja nicht aussteigen. Ja. Ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Erstmal Munition verbrauchen. Und dann nach möglicherweise lebt mein Schützer noch. Nein. Und dann werde ich machen zum Aussteigen. Ich sehe keine Rauschbüter mir. Das gefällt mir. Da ist er. Nein. Nein. Okay. Es ist wirklich dringend nötig, dass ich an Höhe gewinne. Damit ich sicher aussteigen kann. Okay, mir reicht's. Hoch mit dem Ding. Ohne Höhenruder wird ich geflogen. Okay, das war's. Raus. Go. 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 Wuhu. Da ist der Fallschirm. Tschüss. Keine Sorgen, keine Sorgen, meine Genossen. Ich werde jetzt sogar die feindlichen Mieden wieder zurück machen. Ist das ein Pärchen? Hier kommt der Boden. Ich weiß nicht, wie gefährlich Bäume für einen Fallschirm-Springer sind. Here we go. Au, 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 au. Yay. Dann machen wir uns mal auf zur Heimreise. Ja, ich habe sie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020